Wir haben ja schon so einiges den Fakultätsoperator benutzt, also dieses Ausrufezeichen, n Ausrufezeichen, beziehungsweise n Fakultät. Und als kleine Erinnerung, wie war das definiert? Naja, einfach als n mal n-1 mal n-2 mal und so weiter bis runter zur 1. Und wofür haben wir das gebraucht? Naja, größtenteils in der Kombinatorik. Nämlich, wir haben uns die Frage gestellt, auf wie viele mögliche Weisen können wir n Objekte anordnen? Also, in wie viele verschiedene Reihenfolgen können wir n Objekte bringen? Und die Lösung war dann dieses n Fakultät. Es kam zum Beispiel raus, bei drei Objekten, wie können wir drei Objekte sortieren oder anordnen? Naja, das sind dann 3 mal 2 mal 1. Bei zwei Objekten, die können wir auf 2 mal 1, also gleich 2, Arten und Weisen anordnen. Und ein Objekt können wir auf eine Weise anordnen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Und die nächste Frage, die man sich dann stellen kann, ist natürlich, okay, was passiert denn für 0? Was passiert, wenn ich eine 0 vor dieses Ausrufezeichen setze? Und das Schöne an der Mathematik ist, eigentlich ist das Ganze ja sowieso nur eine menschlich konstruierte Definition. Diese ganze Fakultätgeschichte hat sich irgendein Mathematiker, oder haben sich viele Mathematiker, einmal ausgedacht, weil es hilfreich war, um Probleme zu lösen. Und deswegen dürfen sie auch 0-Fakultät erstmal definieren, wie sie möchten. Sie können auch sagen, man darf das gar nicht benutzen. Sie können sagen, es ist 50, sie können sagen, es ist 0, sie können sagen, es ist minus 3. Aber wie haben sich die Mathematiker entschieden, das zu definieren? Naja, wenn du willst, kannst du kurz das Video anhalten und dir mal überlegen, welche Definition für 0-Fakultät denn sinnvoll wäre. Und du kannst versuchen, entweder intuitiv das zu begründen oder dir zu überlegen, welche Formeln das Ganze, also wenn wir uns die weiteren Formeln angucken, die wir schon kennen, wo Fakultäten drin vorkommen, was denn da passiert, wenn wir die 0-Fakultät benutzen. Pausier kurz das Video und danach besprechen wir mal beide möglichen Interpretationsarten. Die erste Interpretationsart, habe ich ja gerade vorgeschlagen, ist, wir versuchen uns das Ganze intuitiv zu erschließen. Also, wenn wir sagen, es gibt bei 3-Fakultät, es gibt uns die Anzahl an Möglichkeiten an, wie wir 3-Objekte anordnen können, dann gibt uns 0-Fakultät die Anzahl, ich schreibe das mal hier auf, 0-Fakultät ist gleich die Anzahl an Möglichkeiten, wie wir 0-Objekte anordnen können. Das wäre die intuitive Definition und das ist jetzt schon ein bisschen philosophisch. Also, du hast quasi gar keine Objekte. Wie viele Möglichkeiten bleiben dir dann, gar keine Objekte anzuordnen? Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann macht 1 schon Sinn, weil du hast eine Möglichkeit, nämlich die einzige Möglichkeit, du kannst sie nicht anordnen. Aber natürlich würde es, ich würde es auch einsehen, wenn du jetzt sagst, ja gut, wenn ich keine Objekte habe, dann habe ich auch keine Möglichkeit, die anzuordnen, also müsste 0-Fakultät gleich 0 sein. Könnte man auch so sehen. Und deswegen schauen wir uns die zweite Begründung an, die ein bisschen auf das Mathematische mehr abzielt. Schauen wir uns nochmal n, c, k an. Also die Möglichkeiten, wie viele Möglichkeiten haben wir, k-Objekte aus n-Objekten auszuwählen? Das hast du vielleicht so als die Schreibweise kennengelernt, vielleicht ist es auch kennengelernt als Binomialkoeffizient n über k. Definiert ist es jedenfalls als n-Fakultät geteilt durch n-k-Fakultät mal k-Fakultät. Also, k-Objekte aus n-Objekten auswählen. Und jetzt wählen wir doch mal n gleich k. Also wir wollen n-Objekte auswählen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, n-Objekte aus n-Objekten auszuwählen? Und ich glaube, hier würdest du mir zustimmen, da soll dann am Ende, ich schreibe mal hier Punkt, 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 wie viele Möglichkeiten gibt es, n-Objekte aus n-Objekten auszuwählen? Naja, genau eine Möglichkeit. Wir wählen alle Objekte aus. Ich denke, da würde es mir zustimmen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo da die 0-Fakultät ins Spiel kommt. Wir haben, wenn wir uns mal die Formel jetzt hier einsetzen, n-Fakultät da stehen, geteilt durch n- und jetzt k- ist gleich n, also n-Fakultät. Mal k-Fakultät, also k ist gleich n, n-Fakultät. Und jetzt haben wir hier noch, können wir das Ganze vereinfachen. Wir können sagen, gut, n-Fakultät kürzt sich weg mit n-Fakultät, also haben wir da stehen, 1 durch n-n-Fakultät. Und jetzt beißen wir in den sauren Apfel und bemerken, was hier eigentlich steht. n-n ist 0, also steht da 1 durch 0-Fakultät. Und jetzt haben wir wieder die 0-Fakultät mit drin, quasi hintenrum reingebracht. Aber wir wissen schon, am Ende soll 1 rauskommen. Naja, und jetzt hat die 0-Fakultät keine andere Möglichkeit mehr, als 1 zu sein. Egal welche, du kannst gerne ausprobieren, egal welche andere Zahl du hier vereinsetzen würdest, du würdest nicht zu 1 kommen, außer wenn du 0-Fakultät gleich 1 definierst. Und das ist die Interpretation von 0-Fakultät, die ich am Anfang meinte. Die Mathematiker haben es einfach so gewählt, dass es passt mit den restlichen Formeln zusammen. Dass die 0-Fakultät weiterhin eine sinnvolle Definition ist, im Sinne davon, dass man sie weiterverwenden kann für die restlichen Formeln. Das ist ein bisschen wie bei x hoch 0, dass eine beliebige Zahl hoch 0 immer gleich 1 ist. Das macht genau auf die gleiche Art und Weise Sinn, wenn man sich mal überlegt, wie es dann danach benutzt wird. Ich hoffe, du hast ein bisschen jetzt verstanden, woher die 0-Fakultät kommt und kannst dir entweder über die semantische, also die inhaltsliche Begründung merken, warum 0-Fakultät 1 ist, oder du nimmst einfach die mathematische Begründung her, warum 0-Fakultät als 1 definiert ist. Das ist ein bisschen wie bei der 0,Fakultät 1. Das ist ein bisschen wie bei der 0-Fakultät. Das ist ein bisschen wie bei der 0-Fakultät. Das ist dann ganz einfach die bilionete Begründung. Ihr habt ihr, was da noch nicht gemacht, Und das erinnert auf sich. Aber in der 0,Fakultät oder auf sich.